Andy, die Eagles haben lange auf diesen Moment gewartet. Haben sie auf jeden Fall, das ist ihr erster Championship-Titel und was für ein Spiel. Der 52. Super Bowl, wo es heißt, die Patriots gegen die Eagles. Das war einfach ein klassischer Spielausgang, wirklich eines der besten Spiele, die wir je gesehen haben in der NFL-Geschichte. Die Eagles haben fast das ganze Spiel lang geführt, Tom Brady hat es dann geschafft und sie wieder zurückgebracht. Zum Schluss hat Nick Foles, der Ersatz-Quarterback, die Eagles zum Sieg geführt, hier mit dem Touchdown im vierten Viertel. Das bringt die Eagles letztendlich zum Sieg, Patriot Brady hatte eine letzte Chance, Brady mit dem Heiligen Kral, aber es endet mit einem schlimmen Fall. Und Brady verpasst nur knapp seinen sechsten Superbowl-Sieg und somit seinen Rekord. Somit gewinnen die Eagles mit 41 zu 33 und Nick Foles, der Mann, der niemals geglaubt hat, als Quarterback für dieses Team zum Einsatz zu kommen, wird Bull für alle Zeiten ein Held in der Stadt Philadelphia sein. Die Fans halten mich nun für Superman, aber ich habe großartige Trainer und großartige Mannschaftskameraden um mich herum. Und alles, was ich tun musste, ist einfach mein Bestes geben und für die Kameraden spielen. Und wisst ihr, man darf nicht auf die Anzeigetafel oder die Zeit sehen, sondern einfach nur rausgehen und spielen. Man darf sich einfach keine Sorgen machen und wie man sieht, führt es zum Sieg. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, verlieren macht keinen Spaß, aber es ist Teil des Spiels. Du erscheinst und versuchst zu gewinnen und manchmal verlierst du. So ist es einfach.